herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und zwar gehen wir heute mal ein bisschen schwimmen dexlendorfer weyer nehmen wir euch mit wer ist mit dabei alina ist am start ja dann nehmen wir euch mit dann zu einem kleinen familienvlog bis später also erstmal der ist gemein und ja das war es dann auch schon so jetzt sind wir angekommen was sagen was sagen sie dazu was sagen was sagen sie dazu wir sind am wo sind wir dexlendorfer weyer das sind an dexlendorfer weyer da gibt es viele echsen in dexlendorfer weyer bier trinken der pfadur ist auch dabei was sagen wir dazu das sind in dexlendorfer weyer im dexlendorfer weyer also noch stehen wir davor am dexlendorfer weyer sagen wir dazu nicht gut mutter mutter gottes sagen wir dazu dann michelle fehlt noch dann michelle wir sind am dexlendorfer weyer was sagen sie dazu sehr schön ich habe sogar musikbox dabei sogar eine musikbox dabei können wir nicht die disco machen hier alter da geht was also laufen wir mal rein in den dexlendorfer weyer da hören wir einen leila sexistisch und so ja leila leila aber leila wird zensiert leila wird leila wird zensiert dürfen wir nicht spielen da hinten kann man sich auch boden und so rein ne habe ich schon gesagt neuer b-vlog auf meinem kanal nein man ja ich mag keine sonne er mag keine sonne ich mag keine sonne also ich mag sonne sehe ich so aus als ob ich die sonne magst er mag keine sonne nein ich bin schon verbrannt ich mag sonne ich mag sonne dexlendorfer weyer ich habe auch mal gedacht aber da waren wir dann schon unterwegs boah wespe wespe wir gehen ins getränk holen gehen getränk holen was holen wir uns mein pickel zu finden getränke pickel geht dann online sehen auf nur 30.000 leute ist ja gar nicht so schlimm ja 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 hey guck mal wie du das machst ist ja ich bin so ein bisschen aber die denken dann wahrscheinlich so oh krass da schreiben da bist du wo kommst du her einmal lost place krass ja 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 also heute mal keinen lost place aber dafür den dexlendorfer weyer ist auch so was ähnliche wie lost place ist so ähnlich wie lost place ich hab noch nicht ganz überlassen ist so ähnlich wie lost place aber nachts ist es leer nachts ist es ein lost place 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 ein dunkles mittler funktioniert alles ich schwirr runter ich schwirr runter hier gibt es getränke und essen hier gibt es getränke da hinten gibt es das geilste schäuferler was ich gegessen hat das geilste schäuferler was er je gegessen hat das geilste schäuferler dann werden wir nachher mal die wassertemperatur checken und jetzt holen wir uns erstmal was zum befeuchten von innen und danach schäuferler essen das dumme ist dass ich schon sauerbraten rein gemörtert der will schäuferler aber schäuferler ist besser also würde ich sagen wir sehen uns dann bis gleich der enrico hat einen was hat der enrico einen enrico gib mir deine zahne sonst kriegst du keinen trotoppe ich will ich muss das filmen den eiscafé komm guck mal enrico ist das lecker was hast du eiscafé jeder will mal einen eiscafé kotzt du gerade das wird vielleicht sein wenn du kotzt tina isst auch mal einen eiscafé dabei wollte sie nun den fanta nein jetzt gibt es den papa alina in der enrico das war echt kurz übrigens in der enrico das ist 4k wir können die pikku sogar filmen wassertemperatur checken ja film auf deinen füßern und folgt dir die hälfte sie folgen mich nicht weil meine füßnägel die hübschesten sind ja alles klar jetzt schaut ein bisschen kalt aus alina wie ist die wassertemperatur also das wasser ist schon echt kalt also je weiter man reinläuft desto wärmer wird es weißt du warum die warte mal reinläuft desto wärmer wird es nee das ist ok hier wird es das ist irgendwie kalt also früher wäre ich ja mit einem hechtsschwung rein aber bin jetzt auch schon fast faszig das kann man nicht machen jetzt auch geh weg lena geh weg geh weg hau dir rein also wir laufen wir laufen noch ein stück rein so bis bis zur nabelbauchspitze spritze der gräbchen film ich nicht ja das ist kalt geh weg geh weg geh weg ich will nicht gefilmt werden hey ich mach sie aus ja ja ich mach gerade die nase mir scheißegal gehen nein hau dir allein boom läufig also da war ja schon echt riesig eh wie das Großer war er, ganz groß. Großes Toiletten wahrscheinlich. Einfach laufen. Wieso kommen die immer da zu uns? Wir sollten mal rausgehen. Alina, nicht zu viel spritzen. Ich hab mir gerade was getan, Alter. Da könnten wir einen Neihächter machen. Wir machen einen Neihächter. Soll ich das filmen? Nein, wir machen das selber. Das ist eine GoPro. Warte ich? Warte ich? Machen wir einen Reinhächter? Wir machen jetzt einen Reinhächter. Einen Reinhächter. Eins, zwei, drei, wir hechten rein. Jetzt geht's. Jetzt ist es warm. Thomas, der Hosen ist. Ja. Es ist kalt. Hör auf jetzt. Aufhören. Meinst du, was zieht unter Wasser was? Meinst du, was zieht unter Wasser was? Meinst du, was zieht unter Wasser was? Und zwar bis 10 Meter ohne Gehäuse. Was hast du da in einer Gehäuse gebraucht? Hä? Was hast du da in einer Gehäuse gebraucht? Um nur auf Nummer sicher zu gehen. Ganz schön nass. Nein, Mann. Nein, Mann. Ich hab' ich gar mal eins gekauft. Mama. Ach, ruhig. Die Frage ist, welche. Jetzt warm? Das ist so ein Reinhächter. Das ist so ein Reinhäter. Komm, ich schwimmen mal, die Runde. Ich kann mal stehen. Ich kann mal versuchen eh. Ich hab' ich mit mir in einer Gehäuse. Ich kann mal eingeladen. Ich muss nicht mal sehen. Sattel. Soll ich mal sehen. Der ist da. Und der untergrund ist da. Ja, der ist vorne. Das Wasser ist warm, das Wasser fällt nicht warm. Halt die Kamera gerade. Wenn ihr mich nass macht. Gerade halten, gerade halten die Kamera. Junge, schau doch nicht weg! Ich kann nicht bestehen gleich. Was hast du? Junge, ich habe eure Kamera. Wenn ich untergehe, geht die Kamera auch. Dann bleib hinten. Halt mich gerade. Ich kann auch noch stehen. Wie willst du nach unten gehen? Ich gehe jetzt. Ich kann nicht mehr stehen. Ich muss schwimmen. Ihr habt mich alleine gelassen. Jetzt wird was gefilmt. Man muss die Höhe heben. Nein. Drei. Drei. Und drei. Wie ist das? 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 Drei. 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 Hey nochmal. Komm. Wie ist das? 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 Ich habe echt zu. Ena, übertreibs. Nein. Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Tis wohl, das ist ein Schiff. Der Schiff ist wieder auf. Henrico, wo gehen wir jetzt hin? Schäuferleißen. Schäuferleißen? Gehen wir einen Schäuferleißen? Ja, wir laufen so rum. Gehen wir einen Schäuferleißen, Henrico? Schäuferleißen. Wir essen jetzt ein dickes, fettes Schäuferleiß. Einen Schäuferleißen. Ich sag dir nicht, weil er ist nicht. Ich bin alt und dick. Die Prinzessin muss sich noch die Haare schön machen. Alina muss sich noch die Haare schön machen. Ich würde sie abschneiden, da hat sie kein Problem. Sie will das noch nicht so. Glatze. Lieber Papa. Lieber Papa. Bart und Glatze, das steht dir bestimmt gut. Die Broschen von ihrem Vater hat zerrt. Alina. Und so, jetzt laufen wir mal den schönen Weg. Einen richtig schönen Weg zum Schäuferleißen. Warum musstest du? Egal. Warum musstest du? Rampfen. Wie siehst du? Gamba. Gamba. Huuuck. Gamba. Fremme die Kleine. Werden sie es? Jette hier. Wie siehst du? Bandschattel ist, oder? Fremme die Kleine? Das ist der Schäuferlers Weg, der Schäuferlers Weg, der Schäuferlers Weg, der Schäuferler Weg, da bin ich echt mal gespannt, er sagt das ist das beste Schäuferler ever, aber hunderte, ganz sicher, da bin ich echt mal gespannt, er meint ganz sicher 100 pro, beste Schäuferler ever, und groß, und und groß, sagt er, groß, und groß also der ist riesig der See ein 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 alles ein bad was haben die ausgemacht du musst aber sagen wie gemein ich brauche 200 200 pass kannst du mir den umschlag packen der schäuferler ist wie ich so jetzt sitzen wir hier beim besten schäuferler was sagst du dazu beste schäuferler was sagen die anderen gäste beste schäuferler beste schäuferler beste schäuferler aber wie sind die einzelnen schäuferler hier gegessen aus dann werde ich mir jetzt mal das schäuferler dann reinziehen warte mal jetzt checken wir mal die schaumkrone ein rekord ist das ja stell mal einen radler hinten tina die trinkt meinen radler ich hab das jetzt ich hab das jetzt hier ich hab das hier gescheit so wir schlucken den ersten mal der war hässlich schäuferler oder ich hab das zuerst das ist der schäuferler Und da den Thomas nicht zwei Klöße reichen, wie die hier, haben wir nochmal zwei gewählt. Und hier ist nochmal Sauerkraut, Salat, Salat, Forsthaus-Schnitzel und da kommt auch das Schäuferl. Das ist Deins, oder? So, das Schäuferlach haben wir jetzt reingezümmert. Das war echt ein richtig gutes Schäuferlach. Das war echt lecker. Die Gruste war Baba. Mir war es zu viel krümmelt. Baba war die Gruste. Die Gruste war wirklich Baba. So, und jetzt gehen wir den Schäuferlach wieder zurück zum Auto und dann geht es nach Hause. Hier, die pilgern schon alle. Komm, kommt gleich noch an, die die alle pilgern. Was ist das denn? Das ist kleine Lena. So, dann verabschiede ich mich nicht. Und ihr kennt ja die Geschichte, ne? Button, liken, kommentieren, folgen. Kleine Lena möchte noch was von euch. Also, was sagen Sie zu Ihrer Verteidigung? Zu welcher Verteidigung? Wie war das Essen? Das Essen war lecker. Die Gruste war Baba. Was sagen Sie zu dem Essen? Warum hältst du schräg? Was sagen Sie zum Essen? War sehr gut. Was sagen Sie zum Essen? Sehr lecker. Baba. Okay. Ich muss sagen, das Essen war schon lecker. Und ja. Äh. Äh. Du hast mal keine Influenza. Doch. Nein. Genau das Verteidigung. Schaut mal, wie schön der See ist. Schaut mal, wie schön der See ist. Die Straße ist auch schön. Nicht? Ähm. Auf alle Fälle? Ja. So, das war's. Ich würde sagen, haut rein. Bis demnächst. So, das ist der Vlog vom 6. Dorfer Weiher. Ihr kennt die Geschichte. Glocke da lassen? Glocke da lassen? Nee. Glocke abonnieren und kein Video mehr verpassen. Ja, und dann würde ich sagen, bis demnächst. Haut rein!